Wie YouTube-Altersbeschränkung umgehen YouTube ist das weltweit beliebteste Netzwerk zum Ansehen von Videos. Wenn Sie sich auf dieser Plattform registrieren, ist Ihr Alter in Ihrem Konto enthalten. Tatsächlich trittst du selbst in dieses Alter ein. Gemäß der E-Mail, mit der Sie sich registrieren. Einige Benutzer haben Ihr Konto möglicherweise nicht aktiviert, um alle Videos anzusehen. Dieses Thema wurde möglicherweise während der Registrierung versehentlich deaktiviert. Dass man das aktivieren kann Melden Sie sich dazu bei YouTube an. Klicken Sie oben rechts auf diese Option. Rufen Sie den Einstellungsbereich auf. Klicken Sie auf die erste Option. Komm ein bisschen runter. Deaktivieren Sie diese Option. Auf diese Weise können Sie auf die gewünschten Inhalte zugreifen. Vergessen Sie natürlich nicht, dass Sie dies tun können, wenn Sie volljährig sind. Wenn Sie Fragen haben, können Sie in den Kommentarbereich schreiben. Wenn Ihr Problem gelöst ist, liken Sie bitte das Video und abonnieren Sie den Kanal. Ihr disintegriert wird nun in deinem Automat. Untertitelung. BR 2018